Spielberg von Sunnyboy Rosier. Spielberg ist weltweit die Nummer 1 unter den Dressurhengsten mit Nachkommen bis zu 12 Jahren. Pferde wie der auffällige Suppenkasper, Domino und Diego sind für diese Spitzenklassifizierung verantwortlich. Bereits rund 20 Nachkommen von Spielberg sind auf internationaler Ebene erfolgreich. Spielberg ist ein Dressurhengst zum Träumen. Mit seinem fast idealen Typ ist er ein echter Strahlemann und dank seiner großen Beweglichkeit war er einer der wenigen Hengste in Westfalen, die den Titel Prämienhengst erhielten. Vater Sunnyboy ist ein weithin gefragter Sohn von Sandro Hitt aus der Donnerhalltochter Fantastica, der Vollschwester des Don Chuffro und Don Primero. Spielbergs Großvater Rosier bringt das wertvolle Blut von Rubinstein I. mit, dass auch das Pedigree von Spielbergs berühmten Stamm der Olympiastars Ahlerich, Rembrandt und Amon stärkt. Die Mutter Rosiera Spielberg geht auf die Roncalli-Tochter Rondula zurück, ebenfalls Großmutter des Grand-Prix-Dressurpferdes Last Minute von Ilka Kerstin Geis. Neben Größe und Modell verleiht Spielberg der Dressurpferdezucht auch einen enormen stabilen Charakter. Außerdem gibt Spielberg viel Rhythmus und Ausgewogenheit in der Bewegung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020